Hallo Freunde, warum ihr gerade so schön Bäume und so seht und ein bisschen Gras und einen Hühnerhof und keine Ahnung was. Vielleicht liegt es daran, weil ich auf dem Dorf liege, lebe oder keine Ahnung. Aber ich kann es. Wieder ein langweiliges Video auf meinem Kanal. Aber heute ist wenigstens kein Schwarzbildschirm und ich kann heute überhaupt nicht reden. Keine Logik, Ester, Bruder, Ester. Und ich bin denn irgendwann in 2000 Jahren halbfertig mit Quatschen. Und heute Abend kommt ein Stream auf Twitch, also auf Twitter, Master Robotics, wieder und fertig. Und ich ist da, Bruder, ist da. Also, es will ich nicht verpassen.